Ich begrüße jetzt am roten Mikrofon Gina Dragomir aus Freiburg. Herzlich Willkommen! So, dein Applaus, Gina! Einen wunderschönen guten Morgen! Servus, Gina! Hallo! Gina, wie jung bist du denn? Ich bin 13. 13! Also so jung wie meine Tochter zu Hause. Johanna, viele Grüße an dich! Am roten Mikrofon wird ja eigentlich gesungen. Was spielst du uns heute vor? Ich spiele auf der Panflöte einsamer Hirte. Panflöte. Also Panflöte ist ja eigentlich ein schwieriges Instrument. Aber du hast das voll drauf quasi. Warum spielt man keine Blockflöte, sondern Panflöte? Weil als ich klein war, habe ich mein Konzert gehört von einem Panflötenspieler und das hat mir so toll gefallen und deswegen wollte ich auch Panflöte spielen. Siehste, mitgebracht hast du noch deinen wunderbaren Musiklehrer. Der Name lautet? Luciano. Ah, der Luciano. Aus Rumänien. Herzlich Willkommen, dein Musiklehrer. So, einsamer Hirte hat er damals groß gemacht, James Last. In Rumänien ist es damals auch ein Riesenhit gewesen, auch heute noch. Wir hören uns diese Musik jetzt an. Vielen herzlichen Dank, schön, dass ihr da seid. Das rote Mikrofon für unsere Gina aus Freiburg. Das rote Mikrofon für unsere Gina aus Freiburg. Musik. Das rote nach bully. Das rote Mikrofon für unsere Gina aus Freiburg. Das rote Mikrofon für unsere는 Izm accordance bị Alles. Musik Der Luciano, der Musiklehrer von unserer China aus Freiburg. Da ist ein Applaus. Ja, die Pannflöte. Ich hab's ja gestern schon gesagt, es gibt noch eine kleine Überraschung. Danke für dich. Bist du eine kleine Leserate? Liest du gerne? Ja. Schau mal her, da hab ich jetzt mal für nächstes Jahr, wenn wir uns vielleicht wiedersehen, schon mal ein bisschen Munition mitgenommen zum Lesen. Da wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß damit. Das ist nochmal dein Applaus. Wunderbar. Unsere China. Dieser Sommer, das ist sein neuer Titel. Wieder mal zu Gast.